Hallo zusammen, mich ist wieder heute, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute wollen wir uns gleich zwei Achievements angucken, beziehungsweise ein Achievement und noch eine Heldentat. Dazu brauchen wir ein bestimmtes Event und zwar einmal die Schlotternächte. Die sind aktuell vom 18. Oktober bis zum 1. November. Also insgesamt habt ihr da zwei Wochen Zeit und die Achievements, die wir uns anschauen wollen, finden wir einmal unter Weltereignisse und dann müssen wir runterblättern bis zu den Schlotternächten. Und hier haben wir dann einmal eine Heldentat und zwar heißt die ein Läuter des Feuer und dafür müssen wir den kopflosen Reiter besiegen. Und ja, das ist eine neue Heldentat, denn der kopflose Reiter wurde quasi neu aufgelegt, hat jetzt ein neues Repertoire an Fähigkeiten und auch zusätzlich noch einen Hard-Mode. Und diesen Hard-Mode, wenn wir den absolvieren, dann haben wir dann auch das zweite Achievement. Ritt aus Weidenschaft, versteht der Wortwitz und so. Und dafür müssen wir den kopflosen Reiter besiegen, während ihr unter dem Fluch aller vier Weidemänner steht. Und das ist ein Personal Achievement, also ihr müsst euch da keine spezielle Gruppe suchen, ihr könnt es random machen, denn ihr schaltet quasi bei dem Boss-Encounter für euch Debuts frei, die auch nur für euch zählen und nicht für die ganze Gruppe. Und dementsprechend ist das eine Personal-Geschichte. Was müssen wir jetzt machen? Als allererstes muss halt die Schlotternacht sein, ob das jetzt hier wie bei mir in 2023 ist oder in späteren Jahren, ist egal. Wenn ihr Schlotternächte habt, dann könnt ihr hier den kopflosen Reiter anmelden und den Boss umhauen. Das könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Ihr bekommt aber nur einmal einen Loot-Sack pro Tag und der ist aber relativ relevant für das Achievement. So, jetzt queert ihr euch da rein und sobald ihr quasi in der Instanz seid, ich habe das vorhin schon einmal gemacht und das hier vorbereitet, ist es so, dass ihr hier nach links euch drehen könnt und da stehen fünf Weidemänner. Ihr könnt die einzeln anklicken oder ihr klickt den in der Mitte an und das solltet ihr auch tun. Und bei dem in der Mitte haben wir nämlich die Möglichkeit gleich alle vier von den Fähigkeiten zu aktivieren, beziehungsweise Debuffs, dann leuchten diese Weidemänner auch und dann könnt ihr eigentlich auf den Kürbis da vorne draufklicken und der Bosskampf beginnt. So, ihr könnt diese Weidemänner auch einzeln anklicken, aber wie gesagt, dann müsst ihr alle einzeln aktivieren und das ist eigentlich unnötig. Wenn ihr den in der Mitte anklickt, kriegt ihr alle vier Debuffs. Und der erste Debuff ist jetzt, dass ihr für euch persönlich diese lila Swirlies habt, dann müsst ihr einfach rauslaufen, dürft ihr euch nicht treffen lassen. Das, was ihr eben gesehen habt, dieser Feuereffekt, wo ihr euch auch nicht treffen lassen solltet, das ist eine normale Bossfähigkeit. Die kleinen lila Kreise, das ist eure Personalfähigkeit. Die zweite Personalfähigkeit, die wir aktiviert haben, ist dieser große Liederkreis oder größere Liederkreis. Da müssen wir einfach rauslaufen, mehr ist es auch nicht. Der kommt dann immer wieder, ihr seht, ich kann da sogar raus Bett peckeln, also da passiert nicht viel. Dann, das ist hier eine Fähigkeit, die ganz normal im Bosskampf ist. Da solltet ihr euch einfach quasi verteilen. Wenn ihr davon getroffen werdet, ist nicht schlimm. Die dritte Zusatzfähigkeit ist einmal hier dieser Geist, der kommt. Den solltet ihr, wenn dann cc'n oder umhauen. Da solltet ihr am besten nicht dieses Ziel erreichen. Übrigens, wenn ihr eine von diesen Fähigkeiten verkackt, bekommt ihr einen persönlichen Debuff, dass ihr 10% weniger Leben habt. Heißt, wenn ihr euch öfter treffen lasst, das deckt auch natürlich hoch, habt ihr immer weniger Leben. Und die vierte von diesen Zusatzfähigkeiten ist hier, dass ihr so ein goldener Kreis kommt und da müsst ihr einfach reinlaufen. Den müsst ihr im Endeffekt sorgen. Das sind die vier extra Fähigkeiten. Und dann hat der Boss halt noch normale Fähigkeiten, was ihr vorhin gesehen habt, diese Feuerstrahlgeschichten, die in verschiedene Richtungen gehen. Da müsst ihr halt ausweichen. Dann haben wir diese Feuerflächen, da solltet ihr auch rausgehen. Dann haben wir die kleinen Kürbisse, die muss der Tank am besten einfangen und umhauen. Und dann diese Kreise, wo man sich verteilen muss. Ein bisschen fies ist es, weil der Kreis sieht genauso aus, von der Farbe und ist auch vom Durchmesser genauso groß, wie dementsprechend euer Kreis, der unter euch spawnt. Und da kann man es dann leicht mal verkacken. Aber mehr ist es, wie gesagt, nicht. Bei mir war es jetzt so, dass ich, glaube ich, nichts verkackt hatte in dem Try, den ich hier runtergespielt habe. Mir wurde aber gesagt, dass selbst wenn man die Fähigkeiten quasi verkackt, dass es so ist, solange man den Bosskampf überlebt, mit den vier Debuffs aktiv, dass man trotzdem das Achievement kriegt. Und ja, wenn ihr den Boss halt tötet, kriegt ihr das normale Achievement. Und wenn ihr es mit den vier Debuffs tötet, gibt es dann halt dementsprechend auch noch den Weidemann-Erfolg dazu. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht. Das soll es mit einem kleinen Videoguide gewesen sein. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.